Wow, Mama, das wird mal wieder herrlich. Können wir uns was zusammengucken? Ja, absolut gerne. Aber was ist das denn hier alles? Oh, da lag ich nicht gar nicht. Ist das neu? Das ist ja nicht klar. Das habe ich von meinem Onkel kennengelernt und ich bin ein Fang geworden. Ich kann mir meine Küche nicht mehr vorstellen ohne dieses Öl. Das ist fantastisch. Gibt es in verschiedenen Fruchtrichtungen. Das absolute Highlight ist diese 5 Liter Box. Die ist so umweltfreundlich. Es bleiben keine Rückstände zurück. Jeder Tropfen wird aufgefangen. Und da bekommt man solche Flaschen dazu, wo man das abfüllen kann. Das ist schön. Wow. Ja, die schönen kannst du einfach voll machen. Gerne, gerne. Aber jetzt musst du es unbedingt mal probieren. Also das... Auf jeden Fall. Da gibt es ja so viele verschiedene Sorten. Da gibt es ja auch feste und getrocknete Tomaten. Ich benutze es schon morgens zum Frühschnecht. Und ich mache mir statt Futter, Öl aufs Brot und Tomaten rüber. Ein bisschen mehr Salz. Du kannst es über die gekochte Paste, über Reis, über schönes... Wenn du Fleisch, über das Fleisch... Du kannst es überall verwenden. Es ist einfach... Es finde ich schon fantastisch. Ich benutze es sehr viel auch als Geschenke, wenn ich mit Ihnen ankomme. Ich bin immer im Mittelpunkt. Jeder findet es toll. Es ist immer ein Volltreffer. Sehr, sehr, sehr lecker. Jetzt musst du schon probieren. Wenn du scharf machst, musst du unbedingt probieren. Wenn du das nicht... Aber was mache ich? Das Pecoruccino-Öl... Das macht nichts. Ich mache es schon. Oder auf die Pizza drauf. Auch immer schon ein Traum. Das musst du probieren. Aber wie gesagt, ich warne dich. Ich warne dich. Ja, dann warne mich. Oh, das ist wirklich gut. Genial. Ich habe es auch nicht gehabt. Was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt? Das ist... Ja, es ist wirklich scharf. Das ist aber sehr, sehr fein. Mama, da hast du mich absolut neugierig gemacht. Ja, das wollte ich. Und kann ich auch sehr meinen Freunden auf jeden Fall empfehlen. Und denkst du bei der nächsten Beschreibung an dich? Mache ich. Danke.